Der Blocklocher Novus B2200 locht dank seiner Hebelwirkung bis zu 200 Blatt Standardpapier absolut leichtgängig. Durch diese Art der Lochung können alle Papierformate exakt mittig gelocht werden. Auch Zwischenformate von DIN A4 bis DIN A6. Die 3x8 Lochung, auch vierfach genannt, funktioniert sehr komfortabel. Durch den verschiebbaren Tisch ist ein Wenden des Papierstapels nicht notwendig. Sie legen einfach den Papierstapel ein, verschieben den Tisch zu einer Seite, justieren, lochen und schieben den Tisch zur anderen Seite, um zu lochen. Dank der DIN A4 und DIN A5 Arretierung können mit dem Blocklocher auch Sonderformate sauber in einem Ordner abgelegt werden, sodass alle Unterlagen oben oder unten bündig abschließen. Das integrierte Sichtfenster mit Griffschutz ermöglicht gefahrloses Lochen. Auch die Wartung gelingt anwenderfreundlich und werkzeuglos. Um dauerhaft ein gutes Lochergebnis zu erzielen, drehen Sie von Zeit zu Zeit die Matrizen ein Stück weiter. Wenn die Matrizen vollständig abgenutzt sind, werden sie ausgetauscht. Das im Handel erhältliche Zubehörset wird einfach im Locher aufbewahrt. Auch die Lochpfeifen sind Verschleißteile und müssen bei Bedarf ausgetauscht werden. Das im Handel erhältliche Zubehörset.